Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es eine weitere Runde What's My Value. Heute mal wieder mit den Legenden des 21. Jahrhunderts und ich habe total Bock. Schreib gerne mal in die Kommentare, welches dieser Format du als nächstes haben möchtest. Und wir starten einfach auch direkt mal rein und beginnen jetzt hier. Und wir haben als allererstes James Milner von 2012 gegen Dejan Stankovic von 2007. Und das Problem ist natürlich, wir müssen bedenken, je älter die Spieler, desto geringer die Marktwerte. Und ich glaube, Stankovic war da drunter. Okay, war ja nur ein Beispiel, ne? Aber ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Tim Cahill vs. Rain Rooney. Definitiv weniger. Nichts gegen Cahill, aber Rain Rooney war einfach, keine Ahnung, irgendwie ein absoluter Legende der Typ. Mehr. Alter, knapper, als ich gedacht hätte. Ja gut, das ist jetzt 2018. Lionel Messi war es, boah, ich weiß gar nicht, was das war. Waren das 180? 180, ja. Lionel Messi. Gegen Paper Rainer. Es ist auch ein Vergleich, den will man aber auch einfach nicht machen, weil Paper Rainer nur schlecht aussehen kann, auch wenn es ein guter Torwart war. Ja, ein guter ist auch eine Legende irgendwo, aber ist jetzt halt nicht, ne? Offensichtlich. 22 Millionen, vollkommen solide, aber... Boah, Walter Samuel ist halt einer, der bei den Galaktischen damals gespielt hat. Jetzt nicht der... der Spieler, ne? Also da gab es halt innerhalb dieses Konstruktes so um diese Jahre natürlich brutale Spieler. Ich meine, in Sisu, in Ronaldo, in Roberto, Carlos, in Figo und wie sie nicht alle hießen. Aber Walter Samuel oder Walter Samuel... Boah, es war der, der für ein Mark wird, ich sag mal weniger. 25, nein. Das Ding ist halt, ich... Das Problem bei mir ist, ich hab halt viele Taxes noch im Kopf. 31 müsste er drüber. Was, als ob er 30 war? Ich hab halt immer so einige Sachen im Kopf. Zum Beispiel bei England, dann denk ich mir so, okay, England war halt England teuer. Und je nachdem, welche Spieler halt weniger. Zum Beispiel USA seh ich niedriger. So, aber bei mir ist im Magen erstmal so, könnte der vielleicht mehr gewesen sein, weil der von Manchester United gespielt hat. Carlos Tavis ist safe mehr. Es muss 40, 50 Millionen sein, genau. Ihr kennt das ja auch, Rainer Rooney hatte 65, ne? Ihr kennt das ja auch jetzt. Die Engländer zahlen zum Beispiel deutlich über Marktwert. Gleichzeitig ist ein Spieler, der einen Namen in der... Je nachdem, wie ein Name ist, halt mehr wert ist gefühlt. Also wäre mir dieses... Auch dieses Beispiel mit, wenn Tim Kleindienst, Tim Small Service heißen würde, dass er dann das dreifache, auf gut Deutsch gesagt, wert wäre. Michael Carrick hat weniger, auf jeden Fall mal, als Rain Rooney. Boah, ich muss noch nichts gestehen, ist dieses Trikot hier. Dieses Trikot mit United-Logo und Chevrolet von Adidas, fand ich damals ultimativ geil. Da habe ich auch lange Zeit überlegt zu holen. Das war... Das geilste Trikot war, glaube ich, das erste oder zweite Jahr, wo Schweinsteiger bei United war. Pizarro müsste weniger sein. Zwölf finde ich aber ein bisschen sehr wenig. Oh, Dimitra Berberdorf. Dimitra Berberdorf ist so ein Spieler. Der war so zu einer Zeit, wo ich Fußball geschaut habe. Ich glaube, da habe ich... Also jeder hat so einen Spieler, den er krasser findet, als er in Wirklichkeit war. Und für mich ist das Dimitra Berberdorf, glaube ich. Weil ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, das ist der krankeste Spieler auf dem Planeten. War es natürlich nicht, aber trotzdem. Nigel de Jong habe ich eine ganz... Eine Szene im Kopf, die mir immer direkt hängen bleibt. Das ist die Szene, wo das Spiel im Waldstadion ist. Frankfurt gegen Mainz 05. Die Mainzer Karnevalsbonbons auf den Platz werfen. Dennis Aytekin da hinläuft, sich ein, zwei Bonbons nimmt, das Nigel de Jong anbietet, ob er auch eins möchte. Und der lachend ablehnt und Aytekin das selber dann futtert. Damit verbinde ich Nigel de Jong tatsächlich. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, was der Kollege wert war. Ich sage, weniger. Okay. Boah, Philippe Melo. Also da habe ich... Ich glaube mehr. Nein, es waren doch nur 19. Ich hätte 25 getippt. Damn it. Xavi gegen David Villa. Gut, also David Villa zwar auch eine absolute... Ja, Legende, aber Xavi halt, ne? Dass es nur 65 sind, ist eigentlich ein Skandal. Philippe Maxis. Auch ein cooler Spieler, aber... Nee, nee. Patrice Evra. Oh, auch so einer. Bessere United-Zeiten, muss man ganz klar sagen. Deutlich bessere United-Zeiten. Peter Cech, lange Zeit mein absolut... Also einer meiner absoluten Torwart-Vorbilder, weil ich ja selber 14 Jahre nicht wirklich erfolgreich im Fußballverein gespielt habe. Und Peter Cech, einer der absolut abgezocktesten Torhüter, die es so gibt. Neben so Casillas, Buffon, natürlich auch später Manuel Neuer. Problem ist, Torhüter auch zu der Zeit natürlich deutlich niedriger bewertet. Und das gibt es nicht. Carlos Tevez, was hat... Oh nein, was hatte der? Der hatte 40 glatt. Der hatte 40 glatt. Und Leonardo Bonucci ist damit höher. Maicon müsste weniger haben als 40. Ja, klar, natürlich auch in der legendären 2010er Inter-Mailand-Champions-League-Meisterschaft gegen die Bayern, ne. Mit Milito und Co. und Snyder. Aber trotzdem. Burak Yilmaz dürfte weniger haben. Sergio Ramos, ja gut. Einer, das leckt aber hier manchmal, ey. Einer der, wenn nicht der beste Innenverteidiger aller Zeiten. Wobei, der beste Innenverteidiger aller Zeiten ist. Aber auf jeden Fall einer der besten. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Ist ein absoluter Freak gewesen. Natürlich immer in seiner Prime. Jetzt geht es dann langsam so dahin. Ada Turan. Guter Spieler, kommt aber nicht ansatzweise da dran. Okay. David Silver, boah. Gefühlt 300 Jahre bei City gespielt. Also der Typ war ja ewig dort. Und ewig auch erfolgreich. Ich fand immer komisch, warum der eine Glatze hatte dann zwischendurch. Aber okay, aber auch ein Kankasch. Also nichts dagegen, ne. Aber, ja. Maxis hatte irgendwie 35. In den 20 waren das sogar eine Uppsala. Aber kommt ja aufs Richtige aus. Joaquin. Könnte ich nicht einschätzen. Der könnte gut und gerne so 18. Aber auch so 22 Millionen wert sein. Ich würde ihn ein bisschen höher tippen. 28. Okay. Sehr gut. Was hatte Sarah nochmal? Oh nein. Der hatte, glaube ich, 20, 18. Waren sogar noch Glück gehabt. Ich muss mir das mehr merken. Oh, Raffin, ja. Ach, du Heiliger. Raffin, dass sich ein Schalker hier drunter befindet, macht mich als Schalke-Fan natürlich happy. Auch zu Schalke-Zeiten damals. Ich würde den jetzt ehrlicherweise so auf 16 Mio tippen. Aber ist für mich natürlich einer der Spieler, du hast als Schalker, hast du so gewisse Namen auf der rechten Seite. Ob jetzt RV oder RA, die du da einfach mit so diesen ganzen Jahren auch danach noch verbindest. Raffin, ja, Oshida, dann davor Oren, Jefferson, Fafan und noch so ein, zwei weiteren Namen. Ja. 12 Millionen. Ja, trotzdem. Auch bei den Bayern danach noch natürlich. Tiago Motta, absolute Legende. Alter, nur 16. Ich hätte ihm auch mehr gegeben. Aber war dann auch noch eine andere Zeit. Simao. Ist der wirklich mehr als Tiago Motta wert? Wahrscheinlich ja. Ja. Naja. Geschmackssache, ne? Karls Puyol oder Charles Puyol. Das ist, das Ding ist, wir reden jetzt hier mittlerweile von 2007. Würde ich Puyol jederzeit Simao vorziehen? Ja, safe, Alter. Puyol hat dir auf dem Platz die Seele dagelassen für den Sieg. Und nicht mehr und nicht weniger. Der war aber auch gleichzeitig ein geiler Typ. Wahrscheinlich ist er weniger sogar wert, aber, okay, Glück gehabt, aber 5 Millionen, Alter. Wer denkt noch heute an Simao und wer denkt an Puyol? Mau, real talk. Wayne Rooney, gut, andere Zeit schon und dann auch andere Positionen, weil natürlich Puyol in einer Position, die dann meistens eher weniger bezahlt wird. Robert Lewandowski muss mehr haben. Lange Zeit einer der besten neuner Stürmer dann auf dem Planeten, wenn nicht teilweise sogar der beste auch einfach und für mich nach wie vor in der 2020-Saison dann des Ballon d'Ors beraubt, weil der eben nicht vergeben wurde. Bleibe ich bei César Briggas. Klasse Spieler, kommt aber nicht ansatzweise an Levi dran. Weniger. Okay, wir machen uns immerhin nochmal hier. Marquisio, boah, das ist so ein Spieler, den kann ich gar nicht einschätzen. Ich würde sagen, unter 25, 31. Ich musste ja auch die Schnauze aufmachen. Ich musste ja die Klappe aufmachen und sagen, hey, wir machen uns jetzt nochmal richtig 17 Punkte. Und damit möchte ich es auch für heute belassen. Ich hoffe, dir hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, schreib mir doch in die Kommentare, ob ich das wiederbringen soll. Und vor allen Dingen vielleicht auch andere Modi, schreib es gerne rein. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Mach's gut, hab einen schönen Tag. Ciao.